1995. Ein junger TV-Journalist geht mit einer halsbrecherischen Aktion in die Fernsehgeschichte ein. Ulrich Wickert überquert, ohne ein einziges Mal nach links oder rechts zu gucken, den Place de la Concorde hier in Paris. Ein vielbefahrener Verkehrsknotenpunkt. Ulrich Wickert wurde zur Legende, moderierte die Tagesthemen und bekam sogar eine eigene Büchersendung. Der Mann hat's geschafft, mit nur einer einzigen Aktion. Als zweiter deutscher Fernsehjournalist werde nun ich, Jan Böhmermann, den... Achso. Boah. Schon drüben.